hallo und herzlich willkommen zu let's play dawn of man mein name ist peta die und ich freue mich dass ihr dabei seid denn wie ihr sehen könnt bin ich schon fleißig daran alles umzuwandeln in stein sprich stein mauern wie man hier sehen kann sowie unsere lagerhütten in lagerhäuser umzubauen da ist dieses hier als nächstes dran und ja wohnhütten habe ich inzwischen auch schon brav umgebaut in wohnhäuser beziehungsweise gemeinschaftshäuser wie diese heißen und ja sonst hat sie nicht sehr viel getan außer dass wir ein großes tier sterben hatten denn ich war so dumm und habe in der letzten episode aber am ende der letzten episode episode deutsch kommt zurück deutsch in der letzten episode diese zwei stelle gleichzeitig in auftrag gegeben zum umbauen habe aber nicht bemerkt dass wir sich am ende des herbst befunden haben oder das ende des herbst war es und dementsprechend waren die zwei stelle dem winter über nicht zum benutzen das heißt 30 tiere haben sich oder 15 tiere haben sich hier drinnen zusammengepfercht bis zum geht nicht mehr und die restlichen tiere haben den winter draußen verbringen müssen und sind leider gottes verhungert und erfroren das heißt wir haben ein paar kühe verloren wir sind nur bei acht kühe und sieben schafe wohin gegen sich die esel prächtig vermehrt haben wir sind jetzt schon beim limit von 15 stück angekommen das heißt wegen eselbomben sich keine sorgen machen bei den anderen tieren ist dann ja nicht so toll gelaufen musik stehen aber das wird sich sicher wieder alles erholen denn jetzt sind alle drei stelle umgebaut auf stein das heißt das sollte jetzt reichen einmal hoffe ich bis zum schluss die hütten muss ich noch alle umbauen das wird noch einiges an zeit in anspruch nehmen und ja lager wird jetzt gleich die letzte lagerhütte umgebaut und wie gesagt ich bin großer hoffnung dass wir wenn wir diese lagerhütte fertig haben eigentlich die restlichen zwei lager hütten hier entfernen können ich glaube es aber fast nicht das werden wir dann schon noch sehen müssen wir abwarten bis die fertig ist bei allen lagerhäusern habe ich natürlich eingestellt dass keine nahrung darin gelagert werden darf sprich nur werkzeuge ressourcen und klamotten aber keine nahrung denn dafür haben wir unsere coolen getreidespeicher die sollen das ganze tragen und die sind eh bei weitem nicht voll das heißt was nahrung angeht brauchen sich ja keine sorgen machen haben wir schon in der letzten folge gesagt jetzt heißt es nur weiterhin steine sammeln steine sammeln steine sammeln und hütten umbauen bei der mauer bin ich jetzt hier hinten entlang schon angekommen da werden wir jetzt hier auch noch den nächsten paar auswählen und in auftrag geben sowie die kurve hier geht die bis zur mauer geht bis zum tor ja genau bis zum tor passt und heißt wir haben dann nur mit da hinten das mauerstück was am felsen entlang geht und das ist nicht so enorm wichtig sage ich jetzt einmal ich habe mich auch hier von der altmodischen werkstatt verabschiedet denn inzwischen sammeln wir sehr sehr gut zinnerz kupfer leider nicht so sehr weil man ja nur eine mine haben also das kupfer hier das ist auch wahrscheinlich bald wieder weg aber dadurch dass wir zwei zinnminen haben sammeln wir momentan zinn sehr sehr gut hier oben und noch irgendwo ich weiß jetzt nicht wo die zweite ist aber wie man seine ressourcen sehen kann wir haben 55 x zinnerz und 28 bronze barren die aus dem zinn gewonnen werden was heißt dass ich hier beim schmied eingestellt habe dass er eigentlich schon alles aus bronze machen soll bis auf kupferhacke und kupfer axt die können wir insweil noch mit kupfer machen solange ich kupfer barren und eben noch ein bisschen kupfer erz habe wenn das ausgegangen ist dann können wir auch umstellen hier alles auf bronze ja wir haben 16 wissens punkte das heißt ich kann jetzt mit euch zusammen wieder etwas ins wissen investieren da stellt sich jetzt für mich natürlich die frage was machen wir am interessantesten wäre wahrscheinlich eben das schwert herstellung dass wir anfangen können schwerter und schilder zu produzieren um uns gegen eventuelle angriffe bessert verteidigen zu können alternativ wäre das braun nicht uninteressant dafür müsste ich aber dann wieder ein eigenes roggenfeld anlegen wo ich nicht wüsste wo ich das hingeben sollte netzherstellung für die fischreusse klingt interessant ist aber jetzt nicht lebensnotwendig am pferde domestizierung kann ruhig noch ein bisschen warten weil wir haben aktuell noch genug esel und die steinschneide kunst wäre halt interessant für statue und komplexer megalitismus wobei der kommt eben erst im nächsten ich würde sagen das kommt als zweites dran priorität hat jetzt auf jeden fall mal die schwertherstellung das heißt wir werden die freischalten und werden jetzt auch gleich beim metall schmied in auftrag geben dass dieser bitte bronze schwerter herstellen soll dann schauen wir sich noch mal kurz die limits an schwert auf 75 prozent 50 die messer kann man 75 prozent der bevölkerung unterstellen die sperre kann man lassen wir auf 100 prozent würde ich fast sagen und die schwerter ebenfalls auf 75 prozent damit dann wirklich jeder auch genug waffen haben kann tragen kann so jetzt ist das noch nicht ganz fertig da kurz vorspunnen dass das mal fertig wird da mit dem abbau so stellen da jetzt wieder priorität hoch dass das gleich als nächstes gemacht wird und dann schauen wir wo der händler ist ja hier ist ein mega aufkommen ich glaube ich werde hier auch ein bisschen platz machen noch weil mich irritiert das da ordentlich ich werde mal sagen da das lagerfeuer weg damit der brunnen kann auch weg wir haben genug brunnen überall anders woanders stehen wir haben hier einen brunnen wir haben hier einen brunnen und wir haben da drüben auch noch irgendwo einen brunnen genau das heißt die zwei sachen können weg die gerber werde ich dann wahrscheinlich auch entfernen denn leder und das ganze brauchen nicht mehr so häufig damit wir hier ein bisschen platz machen weil hier kommt immer der händler und hier ist immer so ein knoten punkt wo extrem viel los ist was man gar nicht taugt das kann man auch entfernen so das lagerfeuer könnte man theoretisch auch entfernen denn ja man kann jeder kann in seiner hütte nahrung produzieren im schlimmsten fall kann ich hier dann noch ein bisschen was aufbauen aber das schaue ich immer noch an zuerst mal jetzt zurück zum händler lieber händler was hast du esel brauchen wir nicht sonst hast du gar nichts außer kupfererz das werden wir sich vielleicht nehmen und das zinnerz warum nicht dafür kriegt er von uns wieder einen knochensperr einen feuersteinsperr eine angel warum nicht und den rest werden wir ihnen hier in feuerstein messern geben denn wie gesagt wir bauen inzwischen schon wieder alles nur mehr aus kupfer und bronze die haut outfits kann ich auch irgendwann mal loswerden da wäre es vielleicht gar nicht so uninteressant wenn wir sagen wir nehmen uns vielleicht ein zwei kupfer sichern dann wären wir bei 53 wenn ich ihm da alle gibt sind wir bei 51 okay das heißt er kriegt noch irgendwas aus dem wert von eins hat mal zwei wie zum beispiel ja warum nicht stroh ja das gefällt ja gut das heißt wir haben jetzt ein bisschen werkzeug bekommen bis erz mit dem wir wieder was anfangen können hier wird brav alles abmontiert die gerber wo soll man denn die gerber hinstellen die könnte ich theoretisch auch hier herstellen wobei ich mir den platz eigentlich reservieren wollte dann für den stahl schmied der kommt ja auch noch irgendwann wenn wir schauen unter produktion brauerei wassermühle ofen gibt es noch und bei der metallurgie kommt dann noch der normale schmied eisenschmelzen okay die rennfeueröfen das ist kein problem weil da können wir diese dann hier upgraden zu rennfeueröfen da gibt es natürlich hier schon die möglichkeit das sieht man hier schon verbessern aber geht noch nicht ja brauerei beziehungsweise schmied andererseits wiederum wenn ich dann die wasserkraft nutze mit einer wassermühle brauche ich diese mörser nicht mehr das heißt ich werde da jetzt einfach mal ganz frech diese zwei mörser entfernen und stattdessen dann einfach einen gerber aufstellen warum nicht gut das heißt ich kann mich aber von diesen gerbern auch inzwischen verabschieden so die hütte ist jetzt auch endlich fertig gut da würde ich gerne einstellen können ah nein das war ja die die ist noch gar nicht fertig ich sag palot es geht ab leute gibt es ein bisschen gas ja ja da fehlt noch ein holz und naja ist schon in auftrag ist schon in auftrag sehr schön das heißt wir werden hier mal kurz wieder langsamer drehen und sagen bauen produktion gerber stellen einen gerber hierher so da wird jetzt das lagerhaus fertig gebaut wie schaut es aus mit hütten könnten euch mal wieder eine hütte in auftrag geben die mauer hier steht auch schon das ist gut die mauer da drüben steht ebenfalls schon da arbeitet noch gerade einer an dem letzten stück ok wie schaut es aus mit steine 25 steine haben aktuell das ist nicht mehr sehr viel also muss ich gleich sagen das ist wenig was haben wir aktuell herbst genau ja das flachs ist uns ja eingegangen weil es krank ist das heißt wir haben da nicht gesamten leinen rauskriegt was wir eigentlich kriegen hätten sollen sind aber mit 25 stück eigentlich eh gut beieinander das heißt es ist nicht so tragisch jetzt kommt der winter das bedeutet wieder dass diese drei felder hier angebaut werden hm was haben wir denn da eine ganze eselfamilie ich glaube ich werde auch mal wieder ein arbeitsgebiet platzieren und zwar jagen denn wir haben schon lange nichts mehr gejagt das werde ich einfach hier soll das mal aufstellen und wird da jetzt wieder fünf leute einteilen was wir auf jeden fall aber wieder brauchen ist stein 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 ah hier haben wir eine feuersteinmine noch genau die wird sicher auch bald auf gebraucht sein also erschöpft sein hier haben wir stein hier sind noch eine menge stein hier sind noch eine menge stein das werden wir machen so arbeitsgebiet steine holen maximale reichwerte fünf leute hier haben wir tannin steine holen das ist noch nicht leer ah da ist noch ein bisschen was ok dann haben wir hier das steingebiet das war es dann schon wieder ok schaut so aus mit holz stecken haben wir noch genug aktuell ja es hat jetzt nicht so die eile unser cooler birnenbaum ja der rennt auch ganz gut oh no da wird gleich ein esel geschlachtet oder auch nicht ok was machst du denn da kleines mädchen dreck spielen gut oh da hängt schon wieder mal fleisch seit langem ok auch nicht schlecht so jetzt haben wir da alle lagerhütten die ist auch gleich fertig warum ist da eigentlich wasser drinnen ach so du bist nicht eingestellt gewesen auf keine nahrung du bist aber eingestellt auf keine nahrung ok dennoch werden wir mal sagen so jetzt bist du fertig das heißt hier einstellen keine nahrung dann können wir sagen dich hier bitte wobei schauen wir mal noch die anderen das ist halbwegs voll das ist fast voll fast voll aber in den hütten kann ja auch einiges gelagert werden ok da ist ja einiges drinnen sehe ich gerade überall neue bewohner zwei stück wir nähern uns der 100er marke das ist auch was cooles das freut mich sehr schlitten ist nicht mehr brauchbar ok die überlegung ist natürlich ob ich jetzt die zwei wirklich auflösen soll ich würde fast sagen ich lasse sie vorerst noch stehen und zwar in der hütten variante nicht in der lagerhaus variante also ich würde nicht upgraden sondern ich lasse sie jetzt so wie sie sind als lagerhütten stehen denn wir müssen bedenken wenn wir mehr bewohner haben brauchen natürlich auch wieder mehr ressourcen mehr waffen mehr kleidung und 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 das braucht dann wahrscheinlich eh wieder mehr Platz und das wird ja dann kann ich es eigentlich gleich upgraden teif drauf so machen wir das upgrade gut diese hütte ist auch bald fertig da drüben müssen die felder bestellt werden ok das sind eh eine menge leute das gefällt mir an dich kann man upgraden muss jetzt noch aufpassen dass ich nicht zu viele hütten gleichzeitig upgrade weil sonst haben ein paar leute keinen schlafplatz weil jetzt sind wir schon wieder dicht an dieser grenze dran und wir werden es auch so machen bauen wohnhaus gemeinschaftshaus eins hier dazu da werden wir die priorität nach oben schrauben dass das ein bisschen schneller geht genauso wie ja da sind wir nicht fertig mit dem abbauen komm gib Gas jawohl jetzt so priorität hoch i a i a das heißt hier haben wir dann wieder ein gemeinschaftshaus hier kommt eins dazu und das wo ist es hier das wird jetzt upgrade auch zum gemeinschaftshaus ich würde das gerne auch einstellen weil ich will gar nicht erst dass das repariert wird und ressourcen verschwendet für die reparatur ob er pfeift auf lassen wir das so ähm sturm wegdrücken ja schaut alles gut aus wir produzieren auch schon brav schwerter was mir sehr gut gefällt also das finde ich richtig genial theoretisch könnte man jetzt aber auch schon wirklich umstellen die werkzeuge nein nein die werkzeuge lassen wir auch die kupferachse und die kupferhacke lassen wir noch als kupfervariante bis uns das kupfer tatsächlich ausgeht dann werden wir umstellen auf den Zinn jetzt blitzt es aber ordentlich und dann spielen wir einfach wieder ein wenig vor alter Schwede jetzt wird es aber hell wow kann ich die Brücken eigentlich auch upgraden zu Steinbrücken das weiß ich gar nicht mehr nö ok hat sich erledigt ja hier geht Steine holen vermutlich hm sehr schön sehr brav Steine kann man nie genug haben so die Hütte ist bald fertig die Hütte ist schon fertig das ist sehr schön ich finde das cool dass die Hütten die was im Winter gebaut werden kein Schnee drauf liegen haben im Vergleich zu denen die was Anfang des Winter schon gestanden sind hm auch cool ich finde es so lustig dass wir so viele demotivierte Gesichter sehen der Händler ist angekommen obwohl die Siedlungsinfo eigentlich sagt mit 66% ok sind wir nicht so toll beieinander warum das ist wahrscheinlich die Auslastung so hoch nein gar nicht ist ein guter Mittelwert es wandert zwar ab und zu rauf und runter das ist halt einfach wegen Felder bestellen und Felder ernten aber domestizierte Tiere ist gut Bevölkerung wird immer mehr Stroh ist so ein auf und ab ist ja klar Nahrung Nahrung geht weiter runter ok vielleicht liegt es daran dass wir nicht genug Nahrungsreserven haben so wo ist der Händler warum gehst du jetzt wo gehst du jetzt hin bitte jetzt steht er da ok von mir aus so was hast du ähm naja nicht wirklich irgendwas besonderes Schild Herstellung 300 Punkte das ist halt ein Wahnsinn was der verlangt dann nee sorry brauche ich nichts aber weil ich es gerade gesehen habe bei dir ich könnte ruhig mal wieder ein paar Leute fischen schicken einfach um den Nahrungsvorrat wieder ein bisschen nach oben zu pushen schütze aus mit der Jagd hier ist einiges markiert zum Jagen hier wird auch einiges zerlegt ok ok den markiere ich jetzt manuell gut dann spulen wir wieder ein wenig vor in der Hoffnung dass wir jetzt den Winter noch gut überstehen und wieder einen Wissenspunkt bekommen ähm Steine holen ok das wird wahrscheinlich da hier oben das sein ja genau Fahne ist schon weg dem Winter überlebt Wissen plus eins da wieder ein Esel gleich geschlachtet und da wird auch irgendein Tier geschlachtet da auch schon wieder großes Tiersterben angesagt verlieren da gleich ein paar Kühe und die Felder müssen wieder bestellt werden ok also es steht schon wieder einiges an Arbeit an ach die Lagerhütte ist fertig da werden wir auch gleich einstellen keine Nahrung bitte da haben wir jetzt eine Menge Fleisch hängen das ist gut ich glaube ich werde sicher zwar vielleicht mit ein paar Lagerfeuer noch aufbauen einfach um die Leute ein bisschen zu beruhigen zu sagen ja wir haben eh Feuerstellen wo ihr Sachen kochen könnt obwohl ihr es in der Hütte machen könntet aber ihr seid ja alle faul und wollt das im Freien machen a la BBQ oder so also machen wir das auch jetzt möchte ich nur schauen wo kriegen wir das Lagerfeuer unter hier kriegen wir noch ein Sunter und hier kriegen wir auch noch ein Sunter dann haben wir wieder drei Lagerfeuer sollten wieder alle glücklich sein die Hütte ist auch gleich fertig war das Gemeinschaftshaus und ja ein neues Jahr beginnt bauwerk gerichtet Gemeinschaftshaus mal 10 Wissen plus 1 sensationell das heißt wir werden jetzt dann bald oder spätestens nächste Episode freischalten können die Steinschneidekunst und werden uns dann wieder beschäftigen müssen mit Megaliten suchen und abtransportieren ich glaube da liegt eh auch 1,2 es sind eh auch ein paar in der Nähe gut das schauen wir sich dann aber alles in der nächsten Episode an ich werde mich an der Stelle jetzt hier wieder von euch verabschieden und sag wie immer Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao